Titel Nummer 10. Wie spricht man es aus? Ich lieb dich einfach für mich. Ich finde, der Song ist ja so ein großes Fragezeichen auch ein bisschen. Zwischen all diesen Songs, man fragt sich, wer ist diese Person, wo findet man diese Person, worum geht's? In Ich lieb dich einfach für mich habe ich so ein bisschen so ein Struggle von unserer Generation auch beschrieben. Und es geht darum, einen Menschen, den man vielleicht noch nie gesehen hat oder noch nie kennengelernt hat, außer online, zu vermissen oder Gefühle oder eine Freundschaft aufzubauen. Und ich glaube, das Gefühl kennen ganz viele junge Menschen da draußen, dass man einfach online jemanden kennenlernt und plötzlich checkt, krass, mega nice und so. Oder zum Beispiel kenne ich auch ganz viele Mädels, die irgendwie über, weiß ich nicht, darüber, dass sie zum Beispiel Fans von einem Musiker sind, dann Freundschaften bilden und sich dann erst nach einem halben Dreivierteljahr zum ersten Mal sehen. Und über dieses Online-Kennenlernen, über dieses sich noch nie gesehen haben, aber trotzdem so eine tiefe Verbindung haben, darüber ist so dieser Song. Ich wollte auch so dieses Gefühl festhalten, dass man dann eigentlich auch, das oft gar nicht so erzählt, also bei mir war es zumindest so, ich wollte mich dann nicht rechtfertigen dafür, dass ich die Person noch nie gesehen habe. Ich wollte irgendwie das nicht bewerten lassen von außen und ich wollte mich nicht erklären, weil es war irgendwie einfach gut, so wie es war. Und deswegen habe ich dann diesen Song geschrieben und auch dieses Ich-lieb-dich-einfach-für-mich, weil es schön ist gerade und ich muss niemandem davon erzählen und es ist irgendwie gut, so wie es ist. Also, dass man sich auch so ein Stück weit dieser Bubble aufrechterhält, ne? Ja, ich finde das irgendwie ganz schön. Auch selbst wenn man so Personen trifft oder datet, am Anfang ist es doch immer mega schön, dass man irgendwie erstmal zu zweit ist und dass es noch gar keine externen Einflüsse gibt. Das ist irgendwie so wie so eine Insel dann so. Und man will dann gar nicht, dass diese Illusion irgendwie gebrochen oder beeinflusst wird oder irgendwas anderes, sondern man will einfach diesen Menschen ganz für sich haben. Und so war es in dem Fall auch. Der Song, ich wollte den auch lange, lange schreiben und habe dann auf den richtigen Moment gewartet und dann war auch wieder alles gesagt. Es war genau alles, wie es war. Stundenlanges Telefonieren, ewig lang wach bleiben, einfach beim Reden zuhören, solange bis einer eingeschlafen ist. Ja, ich habe da irgendwie alles genau so reingepackt. Das ist einfach für mich so wie so ein Sprung zurück in die Zeit und sehr emotional auch, ja. Das heißt, du hast dich schon mal online verliebt? Es ist eher eine Freundschaft gewesen, tatsächlich. Aber es war trotzdem so, wenn man in der Theorie darüber gesprochen hat, direkt kritische Stimmen kamen. Hä, wie kannst du denn eine Freundschaft online haben? Du kannst dich doch gar nicht auf eine Person verlassen, die du noch nie gesehen hast. Und man muss dann direkt eigentlich sich für irgendwas rechtfertigen, was aber eine andere Person gar nichts angeht. Ich glaube einfach auch daran, dass man, auch wenn man sich online kennenlernt, dass man ehrlich zueinander sein kann und dass man so gute Freunde oder jemanden finden kann. Man darf sich halt nicht verarschen lassen. Also es gibt ja auch genügend so Catfish-Aktionen. Catfish bedeutet, dass sich eine Person für jemand anderes ausgibt. Da darf man halt nicht naiv sein. Aber da gibt es ja auch genügend Möglichkeiten, das rauszufinden, ob die Person echt ist oder nicht. Aber es ist meiner Meinung nach möglich. Und ich finde es halt auch krass. Wir haben da gestern auch schon drüber gesprochen, dass Menschen ganz oft hinter einem Laptop oder hinter einem Handy, wenn man sich nicht in die Augen guckt, viel schneller, viel ehrlicher sind und viel schneller aufmachen und sich öffnen. Viel einfacher, ja. Ja, und deswegen glaube ich auch, dass gerade solche, sich auf dem Weg auch kennenzulernen, dass das gar nicht oberflächlicher sein muss, sondern vielleicht manchmal intimer sogar ist. Die Frage ist halt dann, wie das dann ist, wenn man sich im echten Leben sieht. Vertraute Fremde. Sozusagen, ja. Ich glaube, dass du mit diesem Lied wirklich ganz, ganz viele auch einfach in unserer Generation und allgemein abholst, weil auch allein durch die letzten Jahre, das war alles super beschränkt. Und es gab halt für viele nur dieses Online. Und ich finde auch, dass das, wie du auch sagst, dadurch, dass vielleicht diese Mauer irgendwo fällt, kann man halt vielleicht wirklich eine ganz andere Beziehung aufbauen, auf einer ganz anderen Ebene. Oft redet man so negativ darüber, aber letzten Endes gibt es ja auch diese positive Seite, die das ganze Online-Kennenlernen einfach auch mit sich bringt. Absolut. Ey, und gerade auch so, was so Online-Dating angeht. Ich habe Freunde, die jetzt geheiratet haben wegen Tinder so. Und gerade auch so Mädels. Ich kenne aber auch viele Mädels, die mal, die nicht direkt eine Nachricht und dann sich treffen, sondern die erstmal so eine Wipe-Up checken wollen. Und klar, und dann schreiben die mal so, ich weiß nicht, drei, vier Wochen hin und her, kann mir dann keiner erzählen, dass da nicht schon irgendwie irgendein Gedanke dabei war, dass es irgendwie cool ist oder dass man sich freut oder wie auch immer. Das ist mega schön. Ich habe auch tatsächlich auf Instagram immer wieder Menschen oder auch Fans zum Beispiel, da geht es auch gar nicht nur darum, eine krasse Freundschaft aufzubauen, aber einfach so eine, man hat dann schon so eine Sympathie zu Menschen. Man kennt die Menschen irgendwie schon. Und das finde ich halt so schön an diesem Online-Ding irgendwie, dass man sich sehr verbunden zu den Menschen irgendwie fühlt. Und trotzdem so viel wie noch nie irgendwie die Möglichkeit hat, auch direkt mit den Menschen zu kommunizieren und denen nah zu sein. Wenn mir Menschen irgendwelche persönlichen Geschichten senden zum Beispiel, dann sende ich denen manchmal eine Voice-Memo zurück, weil ich mir so denke, ey, ganz ehrlich, das ist so krass, dass du mir gerade diese Geschichte sendest und dich öffnest und mit mir das teilst. Und gar nicht davon ausgehst, dass ich zurückschreibe, aber ich finde das so schön und so krass einfach. Und dann sende ich denen halt einfach eine Voice-Memo zurück und die sind dann teilweise so, wow, Gott, ich habe gar nicht damit gerechnet. Und deswegen, ich liebe das, dass man sich einfach nah sein kann, obwohl man sich nicht sieht. Das heißt, der Song ist auch so ein bisschen für alle, die online draußen unterwegs sind. Ja, ich finde, es ist ja so, ich liebe dich einfach für mich ist ja eigentlich so eine Zeile, die man alleine für sich sagt und so. Und in einem Song hört man aber am Schluss einen Chor, der das singt, ich liebe dich einfach für mich. Und das soll so ein bisschen symbolisieren, dass keiner damit alleine ist und dass wir ganz viele sind.